Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk Kommen Sie oft hierher? Ja, nein, nicht so oft. Ich meine, nur manchmal. Wie heißen Sie? Gloria. Hallo? Du willst mit mir ausgehen? Au, au! Soll an den Seiten noch mehr weg? Äh, ein bisschen mehr kann schon weg. Danke. Mehr in die Mitte. Ein bisschen mehr. Wärst du Wasser, wäre ich ein Glas. Wärst du ein Fuß, wäre ich eine Sock. Ich muss ständig an dich denken. Was mir mit dir passiert ist. Ich dachte, das würde mir nie wieder passieren. Happy Birthday, Schatzi. Das ist mein Ex-Mann. Wir waren echt verliebt. Das war keine einfache Situation. Aber ja? Ich hab deinen Blick gesucht. Aber ich war nur Luft für dich. Wer ist dieser Typ, Mann? Ich liebe dich, verstehst du? Geh vom Wagen weg. Gloria! Eins, zwei, drei. Diese Frau hier ist eine Bombe. Behandelt sie gut. Respektiert sie. Er ruft mich alle fünf Minuten an. Antworte nicht. Mach ich nicht. Ist er das? Ja. Oh mein Gott! Andy, er könnte schon morgen tot sein. Wir könnten alle morgen tot sein. Tja, wenn die Welt untergeht, sterbe ich hoffentlich tanzend. Tja, wenn die Welt untergeht, sterbe ich hoffentlich.